In vielen Beziehungen gibt es Eifersucht. In einigen Beziehungen ist Eifersucht krankhaft. Du bist immer auf irgendwelchen Freundschaftsseiten im Internet und chattest mit irgendwelchen Tussen. Oh Mann. Tom, du brauchst gar nicht so die Augen zu verdrehen. Ich kenne eure Frauengeschichten. Wenn dann... Schatz, ich lieb doch nur dich. Eifersucht. Unsere süßen Miezen warten schon auf uns. Das Handeln bestimmt. Polizei. Kann alles passieren. Was ist hier denn passiert? Was ist hier denn passiert? Was ist, brother? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Grüß Gott. Äpfel hereint. Wir sehen uns beim O try Dank. Untertitelung des ZDF, 2020